meine damen und herren hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge in minicraft auf dem herrpixel.net server und zwar minecraft mörder wir beginnen auch schon gleich und ich wünsche euch viel spaß mit der kommenden folge so wir sind in der ersten runde drinnen mit vielen anderen ok was heißt vielen 15 weiteren leuten und eine mörderbrille ja ja auch ein bisschen innocent wie hätte man es anders erwarten können bleiben auf die suche gehen aber schnell nach unten gucken ob da nicht irgendwo gold rumliegt nicht irgendwo gold da war gold aber das hat die eine aufgesammelt ich hoffe der mörder kommt ist jetzt auch nicht und gesprochen sonst schon habe ich komplett verkackt ich höre welche sind die denn sie über mir über vielen wenn man bei einem gehört auf jeden fall der mörder aber richtig ich wollte gerade noch sagen wir einiges gewesen sein arbeit war der rote gut da wären gold gewesen das war wir eigentlich gesucht hätten ich sehe irgendwie gehören die zusammen er hat ihn auf jeden fall gar nicht gekillt oder ist aber ausgewegt natürlich auch sein der hier genau der königte oder was das sein soll es ist er soldat und alter unten liegen schon die ersten drei dass das war laut ich glaube ich muss mein spieler ein bisschen unterstellen okay fünf leute da kann man noch mal abwarten was was wird also hier sind auf jeden fall zwei der oben anbogen ist wahrscheinlich detective nein sie ist es nicht so diese sind hier ist zwar auch rot aber gestorben hat es gesehen dass sie sich ist ich glaube der wird jetzt gleich drauf kommen oder was ist denn da ist der mörder da ist der mörder ok der rennt nach unten oder liegen wir ok die anderen sind hier die läuft rum der camp leute macht doch nicht so was ja das macht doch wirklich ein bock die ganze camp und so weiter das kannst du vergessen ok sie läuft jetzt auch hier ein guter mörder auch oder kommt auch nie eine andere spur gewittert er geht war das schön dahin er noch zwei minuten ok da vorne hatte bogen ok sie weiß wer es ist und das war knapp aber ich glaube sie hat nur einen bogenschuss ich glaube ich muss mein spiel sein von microsoft im nächsten der schon folge wirklich ein bisschen untersetzen die gucken wir das dann gleich im videoschnitt an er oben ist aber glaube ich detective das heim ok geht wieder weg naja guck da hinten nur die musik mal langsam ein bisschen sputen was wird wohl werden schießt doch mal er macht nichts da oben hallo ich glaube ich check es nicht dass er der mörder ist oder wenn wir das weg wo ist er hin ganz gut gucken ach der läuft nach unten er hat noch 60 sekunden jetzt muss ich auch mal ein bisschen sputen hier es leben noch drei leute ach der andere ja ok der camper ist immer noch naja der wird es nicht schaffen ne der wird es nicht schaffen oh da hat er sogar noch in den letzten 46 sekunden verkackt unangenehm sehr sehr unangenehm screenshot so wir sind auf der map hollywood noch ein bisschen aufpassen ich weiß nicht ob nicht noch drin ist dass dieses klingelgeräusch und da kommt dieser blitzhagel donnerregen auf jeden fall dann wo wir uns in die häuser zurück verziehen müssen sonst sterben wir diesmal versuche ich mal ein bisschen länger zu überleben nicht gleich dem mörder in die arme zu laufen und gold zu finden ich glaube wenn wir mal ein bisschen hinten zurück in die regione wo vielleicht nicht so mit dem was machen die keine schade sind nur zu deko da ich laufe einfach mal ein bisschen rum vorne sind viele das lecker lecker ultra jetzt geht es hat sich beim server hat geleckt viel zu viele leute immer hier ein bisschen die ecke verziehen oder in eine andere andere ecke sagen wir ich habe keine ahnung wo die gestorben ich glaube da ist da hinten alle rennen alle da die sind aber auch irgendwie ein bisschen bunt grad der ist bunt die ist bunt die er hinten die zwei waren bunt alles muss jetzt mal was wären 16 prozentige mörder schon 18 prozentig tecnic also entweder jetzt die tecnic oder mörder das muss dann mal was werden wir die ganze zeit nur sind ich meine mörder chance und direkt jetzt auf jeden fall wieder auf 5 und 8 prozent gesunken ja habe ich dann auch zu spät gemerkt dass wir so wenig leute waren der nächsten wird die chance natürlich hoch aber 5 und 8 prozent zwar nicht das beste aber auch nicht das schlecht ok wir sind immer sind geworden wie immer so die man versuchen wir ein bisschen besser zu performen hier wenn ich wieder so irgendwie gleich entweder in mörder in die arme zu laufen oder einfach nur gold zu finden das wäre schon mal ein riesen fortschritt hier liegt aber auch gefühlt nichts rum oder wird das immer nur geklaut und ich sehe es aber da nicht mehr aber ich glaube schon wieder die geilzeit rum und wieder nichts kann doch nicht sein der blaue da ich weiß nicht ich glaube immer noch ein bisschen weg es gibt ja bald nie was rum doch ja zwei stück halleluja die ersten zwei kunden kurz ich werde nein nein oh gott wenn sie wirklich brauche hier nein 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 bitte sehr keine mörder ich glaube er ist nicht der mörder ich muss das gold absagen da hat irgendwas gebaut ich weiß nicht was die leute rennen hier auf jeden fall auch alle ich renne da hin ja ich benutze den teleporter das kostet nur ich dachte man muss dann gold zahlen scheint doch nicht ok nein 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 oh oh gott ich glaube das war gerade ein bisschen ist leicht zu optimal ich weiß nicht ist der rot oder ist es nicht ich habe angestellte ich habe drei gold da steht in der afk rum glaube ich verlasse die halle lieber wieder ein bisschen ja auch bei hier ist halt gold ne hm schwierige sei schwierige sei komm wir müssen auch noch irgendwo zwei stück rumliegen noch eines komm eines wäre doch noch richtig lecker und dann noch den mörder finden das wäre noch toller wir wollen jetzt doch mal richtig viel gespawnt und ich habe den bogen ok jetzt heißt gut aufpassen hm hm der denn hier alle rum muss ein bisschen auf was wir sind auch noch neun leute der mörder macht ja nichts mehr ich gehe mal kurz wir haben gewonnen der war es was eh was der anscheinend ne der afk ich dachte anfangs das der blaue da der bei der halt vorher afk rum stand dass der ist weil der mörder auch nichts mehr gemacht hat dann plötzlich hilfe ich habe gepackt packen heißt immer was fuhr ist komm ich muss ein mörder werden alter irgendwas gutes oder detektiv in meinen geilen Wynn hinlegen oder irgendwas ich wollte mich doch verarschen alter ist der deko ist der echt ich glaube das ist echt aber er steht wieder halfk rum ok ich verlasse diese ecke lieber weil hier sind immer welche spawn zu 99 prozent immer der mörder der großen halter oder was heißt hallin im großen teil da vorne liegt ein gold aber noch ein gold gelegen ja ich war noch als erstes da naja gut der andere hat wohl eine größere range als ich so mal gucken gold 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 nö von mir einer narin ist wahrscheinlich der mörder hilfe ok schnell raus ok da geht es nicht weiter so hier hoch da liegt ein kopfhilfe gold und ich glaube doch ich habe ihn gesehen der bunte da oder hilfe 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 liegt da hinten ich habe kein gutes gefühl ich habe kein gutes gefühl oh oh ich glaube der bunte da ne oder ne doch nicht doch nicht der bunte und ich möchte gleich mal bei den drei leute drei jungs die gold sammeln nebenbei es war hallo es war der blaue es war wirklich der blaue ach komm er hatte nur ein gold gefühl der den bogen gehabt alter mann sogar ein bisschen komisch ja ein bisschen komisch ausgeschaut mann und mann und das war noch nie wieder es ist immer das eine letzte gold was dann fehlt ne naja alle alle sieben und zwölf prozent alle das ist doch wirklich nicht schlecht und ich werde wieder inner sind das gibt es doch nicht ich bin ja auch in der sacker sind immer hier rauskomme ich bin ja ganz hinten gespawnt also ganz kann ich verschlagen ich bin ja ich bin ja ich bin ja das verwirrt mich die Geräusche so hier hoch ich glaube der Mörder ist runtergefallen so ist sehr hoher Wahrscheinlichkeit der springe auch runter schade okay ja das ist die man kann doch nicht lesen welche Map doch die Hypixel World ich glaub das ist oh ja das ist die eine von meinen Lieblingsmaps also ich glaub die Hypixel World hier und die äh wie heißt sie denn nochmal Libery glaube ich heißt sie auf wenn wir diese Bibliothek da mit dem ähm ja Teil wo man hin und her springen kann dann mit dem jump around mit dem kleinen die zwei sind tatsächlich meine Lieblingsmaps alter es sind grad fünf Leute auf den Schlag gestorben sechs alle der Mörder liegt richtig los sieben Hilfe alter also ich weiß nicht wo er die wo er die abgefangen hat ich hoffe ich hoffe ich hoffe wer war's der ne der was nicht hier hier will einer hallo kriegst du mir nicht mit werden dann war der Mörder wo er stirbt und wann dann natürlich immer die sache da habe ich ein blöd sagt sagt ich glaube ich sollte schon dran lassen auf jeden fall das ist aber auch nervig wenn man die anderen leute immer miteinander reinlaufen und dann sieht man wieder nichts und ich kann sie suboptieren kann so optimal so leicht so optimal so jetzt haben wir das wortspiel zusammen ich habe so das erste war dass sie zum anfang ein gold ein einziges gold und zwei gold dadurch schon mal was nicht schlecht ne guter starten sind wir hier runter durch die ende die dame und bitte nicht der mörder dankeschön oder den zeichwort gemütze kann man darüber springen ich glaube ich habe sogar verkackt ich glaube dass die bittere wahrheit detective ist down gegangen aber jetzt nicht gehört nein ist es bitte nicht der rosa bitte nicht damit dem rosa den kopf bitte nicht nein ich habe sieben gold kommt bitte es leben noch 14 leute lol ist der mörder fk kann das sein oder wurde gerade geschossen ich halte mich raus momentan noch okay der mörder hat entweder der mörder hat ihn gekillt oder er hat auf einen unschuldigen geschossen ich könnte man dem ok ja 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 ich habe bogen ich habe einen schuss die ente mit dem enden kopf das ist glaube ich nicht ich glaube immer hinterher so der mörder ist aber relativ inaktiv muss ich sagen also wirklich inaktiv weil leben doch zwölf leute und ich glaube ich habe sich nur entweder sind sie ins loch gefallen ich habe angst vor dem gelben muss ich wirklich sagen was ich mal der zombie läuft eigentlich nur den hinterher die würde mörder sind oder die ante nein ente wenn jetzt auch hier unterspringt dann immer noch hinter mir ist dann werde ich auf die schießen ok es war es doch nicht mann neu so rennt er mich auch hinterher ist doch verführerisch da alter wir sind auf einer neuen runde das heißt wieder mal neues glück sieben prozent und elf prozent kommt das muss doch was werden wir sind die ganze folge nur nur sind ist aber muss ich sagen immer relativ mal ja dankeschön wir sind optimal ich freue mich ok ich würde man sich freuen wenn du entschuldige ist aber in mörder in die hat man braucht man ein bisschen action die hatten zu 99 prozent nur wenn man der mörder ist muss sagen ich habe die verkehrs wie heißt die denn die dinge was hat so rumrollen da ich habe ihren namen vergessen keine anbieter nummer heißen dann können wir gerne die kommentare schreiben wichtig ist noch mal bist aber fällt mir da muss dann nicht mehr ein gold vier stück relativ guter starte auch mal wieder fünf ich habe es gerade aufgesammelt habe es nicht mitgekriegt ja moin wahrscheinlich gerade in dem moment gespawnt wo ich drauf gesprungen bin ich könnte mir auch mal ein pferd holen sein pferd holen wie kostet ein pferd drei gold ich weiß nicht wie die investieren will man kann entweder gutes bekommen oder halten kommen lahm scheißes ok man konnte ich drüber ich glaube 5 gold schon ich würde tatsächlich noch lassen und ich habe wieder mal das gefühl der mörder ist fk oder traut sich irgendwie nicht so richtig es gibt doch wie zum beispiel sommer die ok halt in dem passenden moment abwarten einfach eine zeit lang rumlaufen damit die leute meinen ja der ist auf jeden fall auch ein unschuldiger ist und inner sind und dann legen sie richtig bloß zum ende hin aber es machen ja auch nur dmr cheese also kann man das gold daraus hauen nicht schade geht nicht es wäre so kann ich nicht öffnen so scheiß geswingt ist ok ich dachte man kann rein laufen aber scheint doch nicht hier sonst steht es hört ich wollte nein der weiß der weiß der weiße nein gibt es nicht rein ich muss entweder noch mehr gold finden oder irgendwann haushalt ok hoch immer gut sicher ok können wieder raus das leben muss diesen pferd kann ich das reiten oh gott da liegen viele hilfe glaube ich habe mich von dem ort noch ein gold noch ein gold oh gott wissen noch 34 ok ich habe den bogen ich habe den bogen da liegt auch der dings bogen ok ich habe es noch gesehen als ob sie das war oh gott das so schlechte wo er von dem neuen skin die hat doch den bogen aufgelenkt für einmal wirklich sagen es hat wirklich gelegt wenn man erlebt dann war das die ist ein mörder dies brudy 137 der kollege der noch nein 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 oh and he oh gott ja kollege rennen rennt den noch 23 sekunden wird sie wird sich schaffen glaube ich also die leute laufen jetzt folgen rein aber ich glaube sie wird sich auch er der einjahr hat pferd die wird sich schaffen oder nein also sie würden jetzt im flug du kannst jetzt auch werfen kollege ich laufte und er also ich glaube sie wirklich nicht so weil man kann das schwer werfen entweder sie weiß es nicht oder ich weiß nicht mal ob es sie sagen sagen sie wissen frauen skin ist aber ich glaube einfach mal auch ja das einfach nicht gewusst und zum abschluss noch eine wunderschöne meine lieblings mit die hat pixel wird hatten würde schon mal aber ich kann zum abschluss so eine nummer wäre schon gewesen wenn es zwei gold gewesen werden wir haben euch ein bisschen die drüben da ist ja die hier liegt doch irgendwie gefühlt jetzt momentan ja er steht gestorben es kann entweder der mörder gewesen sein oder wer ist in diesen wenn diese drei türen da reingegangen moment der gold gewinnen kann einfach nur überleben oder sterben der mörder hält sich auch wieder ein bisschen zurück ich glaube das ist die saggasse ich glaube wir wieder lieber raus ich hoffe bitte ist das nicht die zucker bitte nicht die zucker zu bringen die zucker sind 9 denn wir haben uns nicht gesehen das ist unsere Chance wir müssen uns langsam vorantasten oh nein komm komm nein höchstwahrer in so viel schnell geklappt hat geworfen man da wäre noch eins gewesen ja wir hätten es aber trotzdem nicht geschafft schade 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 ja wo kommt der hier ach da hinten kommt man hin dieses komische hässliche etwas von skin da ich weiß genau dieses durch dieser wie heißt er denn noch mal noch keine ahnung wie der heißt da der komische ne keine ahnung wie der heißt habe ich schon wieder vergessen oh gott die leute sind aber auch ja der war da halt voll hinten dran das war die sache das ist voll scheiße ich weiß habe ich danach dann erst gemerkt dann habe ich gesehen dass der oh gott ja hier sind hier war auch der bogen ne ja da sind die ein oder anderen draufgekommen alle schaffte das noch ok dann noch eine minute was macht die ok die läuft drum da ist gerade einer gestimmt der kollege kommt davon ist er hat einen bogen naja kein bogen er ist gleich ein problem wie ich hatte ja er wird mir doch der arme da liegen wir so die letzte du schaffst das die macht das alter die macht das die muss es machen alter das muss der sieg des tages werden sie fährt mit der bahn weg ok er fällt auch hinterher ok interessant interessant aber sie ist vor ihm da also wenn sie bogen hat dann hat es jetzt richtig taktisch gespielt kommt bitte haben die boden bitte haben die bogen nein sie hat keinen bogen also die hätte ihn so easy schön abfangen können aber es liegt hier noch jede menge rum als es könnte 45 sekunden wenn sie jetzt noch weiteren könnte sie sich ja kommt 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 ich schaffte es kommt nein lauf nein oh oh nee ich hatte vertrauen in sie aber sie hat sie geschaut so meine damen und herren das war es mit der heutigen minecraft mörder folge ich hoffe sie hat euch gefallen gut unterhalten und ja dann sehen wir uns demnächst zu einer weiteren oder hier in der minecraft mörder und bis demnächst haut rein und ciao ciao bis zum über